Leisten die Influencer in dieser Welt mehr als andere Menschen? Genau diese Frage beschäftigt die Bloggerin Anne Wünsche und trifft damit einen wunden Punkt. Immer wieder polarisiert sie mit bestimmten Themen – mal die Erziehung ihrer Kinder oder dass sie sich auszieht für Geld. Doch sie glaubt, dass die meisten einfach nur neidisch sind. In der neuesten Instagram-Story behauptet sie nun, dass Influencer mehr für die Gesellschaft leisten als um Beispiel Friseure. Laut Anne haben die Influencer für Arbeitsplätze gesorgt oder zum Beispiel einen Geldverbrauch ganz neuen Bereich geschaffen, was die Friseure nicht gemacht haben. Somit ist die Arbeit dieser Menschen weniger wert? Ein paar aus der Community fühlen sich wegen dieser Aussage angegriffen. Doch Anne bleibt bei ihrer Meinung oder haben wir sie etwa falsch verstanden? Hier gibt es einen kurzen Ausschnitt aus der Instagram-Story von Anne. Was denkt ihr eigentlich über dieses Thema? Ach du meine Güte, da hat jemand einfach zu wenig Ahnung. Wisst ihr eigentlich, wie viele Firmen und wie viele Arbeitsplätze es dank Influencern eigentlich gibt? Ist euch das klar, wie viele Firmen es gibt, die nur dank Influencer existieren? Und dann es ist auf der Nachrichten können. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass es noch nicht für die Fische sind. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020